Im zur Ostsee gehörenden botnischen Meerbusen zwischen Finnland und Schweden ist auf einer Fläche von rund 77 Quadratkilometern eine weißlich schimmernde Substanz entdeckt worden und dann wieder verschwunden. Die schwedische Küstenwache wurde zunächst durch Satellitenbilder auf den Teppich aufmerksam, der sich etwa auf halbem Weg zwischen den beiden Ländern befand und sich auf Höhe der schwedischen Städte Jävle und Hernösand auf rund 200 Kilometer erstreckte. Es sei nicht erkennbar, woher die Substanz stamme, so die schwedische Küstenwache. Dass es sich um Öl handele, sei unwahrscheinlich. Es wurde eine Probe genommen, die jetzt in einem Labor untersucht wird. Als die schwedische Küstenwache an diesem Donnerstagnachmittag wieder zu einem Überwachungsflug aufstieg, war der weißliche Schimmer im Wasser verschwunden.